mal wieder willkommen zu einer weiteren folge von let's play pokémon x ich habe jetzt ein bisschen wieder nicht aufgenommen so in der letzte folge haben wir 2 v2 gemacht hier ich will ein bild machen menser Vielen Dank. Ja, wir gehen mal ein Trinkgeld. Wir geben mal ein 100er. So, hier haben wir eine Wiese. Geolinkhöhle, okay. Hört sich ja komisch an. Oh nein, VDT. Oh nein, nein, nein. Oh no. So. Mal gucken. Da müssen wir das nächste Arena sein. Nice. So, dann. So, das ging ja einfach. Jetzt sind wir auf Route 8. Halt nicht so schnell. Tschüss. Shhhhhh. Shhhhhh. Geil, jetzt haben wir eine Küstenpokédex. Nice. Alles klar. So, wir wechseln mal kurz Pokémon. Pokémon. Ich kann mir vorstellen, dass hier viele Dings sind. Dann gehe ich mal hier mit Pikachu an... ...eins dort. Hallo. Ah ne, hier ist nichts. Ah doch, da muss ein Item sein. Ha! Super Truck. Nice. Ich glaube da hinten ist irgendwo schon die... Ja, da ist schon die Stadt. Aha. Ne, 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 ne. Was haben wir hier? Hallo. Hallo. Ah, hier ist nichts. Ich dachte, hier wäre irgendwas. Ne, hier ist nichts. Hä? Ah, das ist ein Item. Nein, wir haben das Item nicht gekriegt. Egal, holen wir später. Ähm. Das kleinste Konzer ist ja eh schon an der Stadt vorbei, aber... ... 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